So nutzen Sie Ihre Cafissimo Kaffeemaschine in Ihrem Apartment. Führen Sie den Netzstecker in die Steckdose ein. Nehmen Sie den Deckel vom transparenten Wasserbehälter, heben Sie ihn nach oben heraus und befüllen ihn mit ausreichend Wasser. Setzen Sie den Behälter anschließend an die Ausgangsposition zurück. Öffnen Sie den Hebel oben auf der Kaffeemaschine und setzen Sie eine der Kaffeekapseln wie abgebildet ein. Drücken Sie den Hebel mit etwas Kraftaufwand wieder nach unten. Stellen Sie eine Tasse unter die Anlage und wählen Sie Ihre gewünschte Kaffeegröße. Sie können hier zwischen klein, mittel und groß wählen. Fließt kein Kaffee mehr aus der Maschine, können Sie Ihren Kaffee genießen. Um die alte Kapsel entsorgen zu können, öffnen Sie den Hebel. Die Kapsel fällt hörbar in die Auffangschale. Heben Sie die Tassenhalterung nach oben heraus und ziehen Sie den Kapselbehälter hervor. Die alte Kapsel können Sie abschließend im Hausmüll entsorgen. Momentik – Dein Ferienapartment für Deine Auszeit.